Moin ihr Eubel, willkommen zu einer neuen Folge von DayZ im neuen Jahr. Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ich schenke euch, damit 2017 nur besser werden kann, direkt erstmal eine neue DayZ-Folge. Dieses Mal spiele ich in einem relativ großen Squad und wer meine Videos kennt, der weiß, dass das eigentlich relativ selten vorkommt. Aber wir hatten einen sehr schönen Aufnahmetag, wir haben viele gute Kämpfe gehabt und ab und zu auch mal so ein bisschen Chaos, wie das in so einem großen Squad natürlich mal sein muss. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen und vielleicht sieht man sich ja auch in den Twitch-Livestreams und so. Kommt rein. Oh, da kommt einer über der Straße, oder? Das ist dein Kollege, ne? Ja, du bist gerade stehen geblieben, ne? Und läufst jetzt so. Ich finde, das war an der Straße, war ich noch nicht. Ja, das war einer jetzt hinter dem orangenen Busch, das bist doch du. Erzähl doch gar nicht, ich schieße jetzt, ne? Da ist er, da ist er, ja, komm. Ich schieße, ist mir egal, wenn du nicht sagst, dass du dann bist. Ja, einfach hier an der anderen Seite vom Stein. An der Straße. Nein, an der Straße ist aber einer. Vor uns in dem Busch. Da, wo ich drauf gucke. Oh, da, okay. Oh, scheiße. Das war so echt ein Gegner. Oh, no. Wir sind so fucked jetzt, ne? Ich will hinter die Wand, ich will hinter die Wand. Lass mich, lass mich, lass mich. Weg, Straße, Busch. Geh mal vor. Ich muss überleben. Ich wette aber, wenn ich von hier im Hocken werfe, kommt die Granate nicht mal da an. Richtig. Glaub ich auch nicht. Soll ich trotzdem mal machen? Willst du mir mal eine Granate geben? Ich probiere das mal. Vielleicht kriegt er Angst. Hast du einen? Komm mal rein mit da auf. Heidelblitz. Hä? Ach, der kann nicht so krasse Eier haben und da jetzt drin bleiben. Aber wenn ihr wenigstens auch irgendwo... Okay, komm, ich renne jetzt mal ein bisschen. Vielleicht schießt der dann auf mich. Ich hab ein rohres Mundtuch und einen blauen Rucksack. Ich bin recht da. Das leckt dir ganz verdächtig, ne? Bei mir aber auch hier. Nee, der rennt nach ganz hinten weg. Der ist über dem Feld schon weg, quasi. Wo? Warte, ich versuch mal zu hitten. Welcher Richter? Ach, da hinten ist der... Ich hab ihn gehittet. Beine sind gebrochen von dem. Der liegt jetzt. Welcher Richter? Hinter dem Stromkasten, wo ich... Hinter dem Stromass, wo ich hinguck bin. Was ist denn hier? Der managiert sich, der managiert sich. Guck, genau, wo ich hinguck. Ja, dann... Halt drauf da. Ich muss leider nachladen, deswegen. Der hat sogar jetzt managiert in der Zeit ernsthaft, ey. Er blutet wieder. Ich hab ihn wieder gehittet. Aber er läuft einfach weiter. Zwei Blaze Hits. So, no fucks given. Er liegt hinter einem Baum. Managiert sich wieder. Ich bin jetzt der Wellenschein. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es echt nicht, wo ich... Ah, okay. Ich hab einen Schuss einschlagen. Genau, hinter den Bäumen. Ah, er rennt weiter Richtung, äh, Dingsbums. Wie wer ist denn? Äh, Antenne hinten. Warte, warte. Von euch hat keiner einen Safari-Hut auf, ne? Nein, 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 nein. Oh, dann ist der hier vor mir. Der hat eine Winchester. Der ist genau vor mir auf dem Feld. Ich dachte... Ah, da bin ich hier. Ah, da bin ich hier. Ich hab doch gefragt, ob einer einen Safari-Hut abfällt. Achso, ja, da bin... Ja, okay, sorry. Der läuft genau vor mir. 300 Meter. Mitten übers Feld oben. Da ist er. Achso, da. Ja. Treib den da ein, wo es leckt. Der blutet sogar noch. Ach, verarsch ich doch nicht. Jetzt fällt mal ein Conscious da. Welche Gegend fährt, die Jungs? Novi, Gocke. Äh, der rennt immer weiter. Ah, jetzt blutet er natürlich auch. Das ist schlecht. Alter, knallt das jetzt. Ey, aber... Ich sag mal, die Schüsse schlagen immer näher bei mir ein. Also, äh... Er rennt jetzt wieder rechts, äh... Ja, ja, ich seh den sogar. Du kriegst den Wald, kriegst den eh nicht mehr, ne? Ne. Ey, der blutet die ganze Zeit. Wie kann er zwei jetzt haben und zwei Minuten bluten? Ja, du bist ein bisschen abartig, so zwei Bischussen. Und dann fällt er nicht um und... Oh, is it. Ah, mein Freund. Spricht hier gar nicht mit mir, oder? Aber is it ist auch nicht ohne. Könnt ihr mir jetzt sagen, wir überlegen gerade, wie wir ihn quälen. Soll ich mich in-game nicht? Ja, ne. Okay. Ich hab die ganze Zeit umgelabert, die würden gerade erschießen, weil ich gerade wunderte. Oh, scheiß drei. Ja, komm, lass mich laufen, ey. Genau. Da blutet ein bisschen kaum. Was ist denn jetzt? Doch, ab. Boah, ich bin jetzt getroffen. Ich bin getroffen. Auf dem Schrottplatz. Bist getroffen? Was? Aber da hat irgendwas von sehr weit geschossen. Siehst du, weil jetzt die ganze Zeit alle umballert, jetzt checkt man gar nichts mit hier. Man kann sich auf dem Schrottplatz liegen. Auf dem Schrottplatz? Ja. Warte, ich such dich. Ey, hier liegt, ähm, Kuhleder oder so ein Scheiß. Auf dem... Einfach auf dem Feld. Äh, jemand läuft übers... Ach, das ist das Bambi. Mann! Wo bist du, im Schrottplatz? Ich kappen. Also. Wir werden ja auch hier uns hier verzichten. Weil der Acer, der spielt nie alleine. Habt ihr zufällig noch ein schwarzes Barret für mich? Ne, Motortel merken wir uns. Okay. Und Huntingjacke und... Der ist hier oben. Ich, ich pushe. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich geb dir Deckung. Ich weiß nicht genau, wo. Ich komm. Auch, okay. Ja, ich seh jemanden im Baum stehen. Ähm, was hat der AK oder so? Warte, ich versuch mal... Das ist ein schwarzer. Schwarzer Mannskin. Warte, ich versuch mal zu schießen. Down. Headshot. Sehr schön. BAM! Boah! Sehr schön gemacht. Abschlag in dem Kopf. Ja, genau, da drin. Ah. Oh, kann ich gar nicht mehr rausziehen. AKM hat er, ja. Achso, ja, das zeigt irgendwie aus, als wäre da so ein kleines Messer vorne dran. Ja, mit erstmal, ja. Und P hat er noch? Ich guck mal. Ach, mal wie wein. Oh, SKS-Schuss könnte ich auch brauchen. Und ein Pusco, wenn der hättet. Ja, ein feiner Zug. Oh. Oh, der kam. Der kam von unten. Aus dem Wald von uns hier raus, oder? Oben aus dem Wald, ja. So, ihr habt alle... Du hast mich erschossen. Na, lol. Der andere, der andere läuft da noch rum. Das ist wirklich dumm Sonne, oder? Von dem Schrottplatz. Ja, ja. Rechts, da... Meine aber nötig kam. Wer hat denn jetzt den Cyber-Tisch erschossen? Ich mich. Ich dachte, ihr habt alle schwarze Barrés auf. Wie ist das denn? Ich hatte einen schwarzen Barrés auf. Ich kann nicht zielen, meine Zitter zu doll. Wo ist der denn? Ich bin immer noch hier im Wald drin. Der läuft da genau rum. Ich hab ihn ordentlich getroffen, meine Fläche. Was hatte der an? Ähm... Käppi hat er auch gehabt. Immer noch da, wo ihr auch gelootet habt, den? War das da? Ja, genau. Also, ich renne mal hoch in den Wald. Also, entweder hockt der da immer noch an derselben Stelle, vielleicht ist sein Kurses gegangen. Äh, äh, äh... Bist du das hier? Nein, nein. Ich lieg auf dem Boden. Der ist hier bei mir. Scheiße, der hat mein Body gelootet. Ah, ehrlich? Down. Hast du ihn? Ja. Ah, da ist noch einer! Ich bin tot. Wo ist der? Frag mal. Er ist oben genau an der Waldkante. Er ist auch down. Den hast du gekriegt, ja? Ja, du hast... Du hast ihn, glaube ich, noch an Conscious geschossen. Ja, willst du denn dann kann das? Das ist... Der riecht da... Hilfe, ey. Was? Ich war das, ich war das. Ich hab nur noch mal auf die Leiche geschossen. Jetzt sind wir beide hier, ja. Du hast es bereits. Ja, ja, ja. Ich lauf auch grad hoch. Ich bin gleich da. Hilfe, was ist denn los, ey? Zwei, ja? Okay. Du hast noch kein Team Köln. Der lebt doch noch hier, oder? Der innen könnte noch... Kann sein, ja. Äh, der lebt doch, ja. Guscher hat Steady Pulse. Oh, ehrlich? Der lebt noch? Komm, wir machen, wir machen, wir kommen. Darfst auch kommen. Hau auf da. Wir könnten ihn halt fesseln. Lassen wir es, ich hab den. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie viele das sind, ey. Ja. Hörst du. Geploppt bei mir. Ich komm mit Snowbee südlich rein. Ich will mich wer axten. Wer ist denn mit Axt? Das ist keiner mit einer Axt. Wo ist der? Wo ist keiner mit einer Axt? Bambi mit einer Axt. Oh, yo. Hello? Oh, der Löffler. Das ist der, den habt ihr aber schon mal angeschossen, oder? Ja, vor allem. Ich bin effektiv wieder. Wer bist du? Dann schlagen gleich kaputt. War das echt so? Weiß ich nicht, aber der sah so aus. Ey, willst du deine, willst du deine Axt wegtun? Der Charakter hat einen schwarzen Kopf. Also, äh, da. Wo ist er denn? Wenn ich befestigt habe, wie Botti. Wow. Bambi-Killer. Bambi-Killer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nur freundlich mit der Axt hier oben genannt ist. Der Bambi jetzt, oder was? Nein, einer mit, 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 äh. Und wer axtet da? Wer axtet da? Der mit der Axt habe ich die beide gebrochen, oder ist der tot? Was ist denn hier los? Der liegt ja noch. Der liegt noch. Oh, der hat aber, ey, der hat eine AK, eine richtig gute Kette. Ja, der hat eine AK, hat er. Auf'n Kopf. Ich hab ja, der hat blockiert alles hier. Hä? Der ist weg. Ja, das war bei mir vorhin auch. Da kann ich trotzdem gut, wenn wir reingehen. Alter, Schöne. Das ist ein Kernbehindert, ey. Ab jetzt noch ein Kopf. Das ist schlecht, du. Ja, die hat wohl keine, die hat wahrscheinlich keine Geschick von uns. Was ist der Scheiße? Ich bin, ich weiß mittlerweile jetzt auch gar nicht mehr, wat hier tot ist und wat nis. Wir sollten auch die Barres wieder looten, oder? Stell mal vor, da kommt einer von hinten, sammelt das mit auf und schleicht sich nach dem Niveau da rein. Ja, lass uns mal eher mal, wenn wir jetzt so spielen, mal ein paar Armbänder, mal ein paar Blaue oder was. Hier ist gleich einer bei mir, nicht erschreckend. Ja, ich. Ich bin hier in der Tarnat außerhalb. Wow. Wow. Wir kommen aber aus der Ortschaft, oder? Ja. Auf euch. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich gerettet oder verraten hast. Eins von beide, Mann. Ach, der ist so geil. Er hat richtig Bock hier, ey. Aber näher. Wo liegen hier noch Leichen? Boah, gar... Ich sehe jemanden ganz weit hinter Novi. Alter, was... Willst du die auch haben, Rolli? Äh, nö. Einer umläuft Novi. Der ist halt so 300 Meter hinter Novi. Läuft quasi zu dem See, dieser kleine See, der da ist. Und im Double Green oder wo waren noch welche? Ich glaube, im Double Green war einer. Ich glaube, da war gerade Zombie-Agro. Und einer ist jetzt hinten an diesem Fluss, an diesem roten Backsteinhaus. Da ist doch dieser kleine See. Da in die Richtung läuft jetzt gleich so einer. Der hatte eine blaue Weste, Anti-Step-West oder Pricer-West, ich weiß nicht. Pricer-West, ja. Ich habe aber nicht gesehen, was der für eine Waffe hat. Der zeigt, er hat seine Pannen, aufspiel entgegen und taubbe einen runter. Ist tot. Er ist hinter dir. Der läuft um, mein Name ist Spitzhacker. Ah, der holt mich. Geben jetzt die Gegner noch? Was ist hier los bei euch? Unnormal. Bitte verbindet mich. Werden die hier von den Leuten mit Spitzhacken gleich noch geholt, ey. Der real ist. Auch geil. Warte. Bist du das hier, der hier blutet, Seiberti? Ja, ich gucke auf den Boden an. Gartel, das ist gut. Ja, ich bin das, ich bin das. Ja, mach ich. Ich dachte, ihr batagiert mich. Das ist euer Freund, okay? Danke. Alter, Vater, was ist denn hier los, ey? Ja, wir sollten mal weg. Ihr batagiert sich noch irgendwas? Ich bin das. Seiberti kommt an, ist gar wieder hart tot. Aber das hat so gepasst, er sagt, rechts in der Tanne. Ich drehe mich um, rechts in der Tanne. Da sitzt einer, der läuft mir entgegen, nimmt die Picksacks raus, haut mir an. Das hat schon gar nicht. Kann ja nicht sein. Oh, der hat Reis mit. Erro, no unit. Wollt ihr dem, äh, Seiberti irgendwie eine CPA oder so geben? Seiberti ist so richtig der Miller-Haus, ey. Kommt, der war hart und fehlen. Euch, der ist ganz schlimm, ey. Komm, wir mit dem Appelbaum. Rede mit dir. Hey, na? Hey. Wo denn? An welchem? Ach, hier hinten. Rote Armbänder. Hallo. Hallo. Wenn der voll geküpt ist, war das wohl. Hey, du. Pass auf, ihr nehmt ne Waffe. Hey, rede mit uns. Oh, talk to us. Wo ist der hin? So, hinter dem Kiosk. Wo ist der hin? Er läuft oben hoch, er läuft oben hoch. Richtung Kirche, ja. Wo ist er? Richtung Kirche, hinterm Double Red. Kleines Laufenhaus. Der blutet, ne? Hat er an auf den geschlossen? Ne, ist der rote Armbänder. Wo? Hey, der blutet, 100 pro, Mann. Hinter der Feliz der Äftergarten, ja. Ich lauf hin dagegen. Läuft Richtung Kirche hinten schräg rüber. Er hat doch voll geblutet. Hat er angehalten, grünes Haus. Grünes Haus? Grünes kleines Haus. Holzhaus. Ach, da unten. Ja, er ist bei mir. Ab ihn, er ist down. Nice. Ja, der ist schon wieder unsichtbar. Ich hab den wieder unsichtbar geschossen. Na gut, aufpassen, dass kein Ahm da ist. Äh, von. Achso, der war vor der Polis, der war? Hier, hier ist der down gegangen, Mann. Aber ich seh ihn. Ach, ich hab den nicht gesehen. Warte, ich töte die Zombies. Ich hab einen Schall im Fass. Alter, da kommen ganze Massen Zombies. Ja, die füllen mal die Axt raus, ja. Hat einer zufällig von euch noch 9mm, Muni? Äh, ja. 25. Ne, doch gar nicht. Ne, scheiße, gar nicht. Entschuldige. Alter, der hat aber ganz schön. Was ist das denn für ein Rucksack? Winchester-Muni. Oh, die Winchester-Muni teilen. Die Winchester-Muni. Warte mal, äh, hier FNX ist da... Wo sind wir hin? Hat bei dem Bambi noch irgendwo... Der ist in irgendein Haus gelaufen. Double Red oder so, wahrscheinlich. Der läuft Trapik da, ja. Ne, das bin ich. Der Bauernhaus? Wenn er ein Bambi ist, dann können wir ja mal mit dem leben. Wo ist der? Mützen erschießen, Mützen erschießen. Warte, 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 warte. Neben dem Brunnen, in diesem... Warte, warte, warte. Ja, hab ich ja gesehen. Hey, Bambi? Hallo? Bitte beschließen. Kann nicht nachfragen, wenn der Mütze auf hat, wird erschossen. Ich hab keine Amo oder so... Ich kann ja gleich noch eine komplette MP5 geben. Johnson Place. Mit 30. Habt'n schon. Bleib hier, mein Vater. Der Bambi. Steht hier. Der Bambi? Achtung. Alter, der leckt gerade, wie die Hölle hier. Wenn das Johnson Place ist, wenn das Johnson Place ist, dann haben wir am Herfeld. Ah, alles klar. Oh, hüppf. Spielst du? Warte. Komm mit ins Haus, ich möchte dir was zeigen. Ich helfe's dir. Johnson Place. Oh, pass mal auf, ich dachte da noch mehr sind, so. Hä? Die spielen immer zu dritt, dritt, zu viert. Also aufpassen. Macht'n weg und gut. Ist so, ja, wir haben... Bist du alleine, mein Freund? Du bist jetzt mit dem rum und dann stehen die anderen da. Ja, ich sag mal, wegen der Sprich gerade hier. Spielst du immer alleine? Nee, sonst hab ich andere Mates. Okay, kannst du dich hinlegen. Ich, ich, ich. Wenn du dich hinlegen könntest, wäre das cool. Ja, die anderen sind auch bei ihren Familien feiern. Ja. Wir haben oft genug geredet. Kannst du dich hinlegen? Hinlegen, bitte. Danke. Ich hoffe, ihr könnt alle singen. Ich hab mir das Lied vom Tod, ist klar. Nee. Ich würde ja ganz sparen. Nichts. Ich würde das Lied vom Tod Pues excitingrucks hecht. Tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Und jetzt dürft ihr dem in den Kopf schießen, wenn ihr wollt Ist einmal das Begehaus rein von uns? Okay Ich hab mal noch ne Frage Bitte Wo bist du, Wati? Ich speziale an dich Ich hab 6 zu X Was ist los? Okay, ich hab schon Ich hab hier eine AKM mit 30 Schuss im Mech Ich kann das wirklich noch nicht raus machen Deine Stimme kommt mir ziemlich bekannt vor Ich bin ja, wenn... Ja, das sagen viele Ich bin Sarazar Nein, glaub ich nicht Und ich bin ne Kank Hallo Ja, wir lassen dich dann jetzt gleich gehen Der kann uns nicht gefährlich werden, ne? Der hat keine Muni Hatte der andere Typ, der hat rufstuhl Also nein zum Freimachen oder... Ja, du darfst dich jetzt langsam freimachen, mein Freund Sollen wir los? Ja Können wir Starry weiter? Ja Ja In der Tanne läuft was Der läuft jetzt über das Feld, weiß ich Am Hochstand, in der Tanne sitzt was, links daneben Ja, das ist was Helles Der guckt... Jeder von euch über das Feld Der guckt mit dem Fernglas übers Feld Guckt mit dem Fernglas übers Feld und sieht nicht 8 Leute Oh, warte, da sind 2, da sind 2 Die haben jetzt beide ne Waffe in der Hand Die sind genau am Deer-Stand, neben dem Deer-Stand Äh, wieviel, wieviel haben wir da? 300, ja? Ähm, den ihr gerade... ... habt laufen lassen Johnson Okay Hab geschossen, aber ich glaub die Tanne hat... Ja, ich bin tot Die Tanne hat glaube ich den... Ich hab den Johnson... Ne, ich hab den Johnson erschossen Ist gut Ähm, ihr könnt zurückkommen Wieso? Habt ihr den Johnson erschossen auf freien Feld? Bei mir hat irgendwann einschlagen Ah ja, und jetzt bin ich tot Äh? Wofür denn? Ähm, ich bin grad vor Schino raus Oh, oh, bei mir schießt auch was Ich bin getroffen Kannst du das? Oh, ficken Vom Zelt werdet ihr jetzt schossen Vom Sniper Oder was? Ja, von hinten vom Sniper Mich hat's auch rumgehauen Oh, oh, shit Jetzt auf einmal geht alles down, ey Wer lebt noch? Ich Ich bin bewusstlos Zwei Leute, drei Leute, vier Leute Ich lebt noch, ich bin halt noch... Wer krabbelt gerade am Appelbaum? Hicke Vom Kampanino sind noch wen zu hoch welche noch Okay, hat mich gefreut, Leute Mein schöner Mann Man kann schon... Äh, ich muss leider schnell zum Airfield da Hat der Mann angehört Ich hab auf jeden Fall einen mitgenommen Also zumindest angeschossen Ja Ich warte, bis sie kommen Ich warte in so'n Busch Ja, das dauert ein bisschen Ich will nicht, dass das dauert Vier Leute waren das da Wer will sich mit mir irgendwie neu positionieren? Äh, Seibot, sollen wir uns am Saritümpel hinter treffen? Mhm Kann man machen Falls da sicher ist, ich weiß das nicht Ich weiß auch noch nicht, schon Ah, fuck Schütze Der hat mich oben am Hügel Am Busch, außerhalb Ja, ich hör die Schütze, aber ich seh da Ja, die laufen da ziemlich frei oben umeinander Also wenn es da ein bisschen Ein bisschen von der Scheunen-Seite her Von der Wiese her kommt Ja, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie Nix Hat er mich doch gesehen, der blöde Hund Oder die vom Wald haben angesackt Oh, ich hab irgendwen liegen sehen am Baum Vermutlich Der Hügel, ja Hügel, ist genau so was ich nicht seh Glaub ich Ich lieg direkt an so nem Busch Ziemlich an der Wiese Von dem Einzelnen Wow, da ist einer Einen down Ach du hast den down geschossen, ich wollte grad sagen Der ist einer vor mir ausgelockt Da war aber noch mal Da war aber noch mal einer weiter oben Okay Bisschen im Wald Ich seh nur wie der aufsteht und auf einmal weg ist Okay Seibot, ich kann grade nicht ganz schlecht Ja, alles gut Aber nicht das Big Aua Ich bin bestimmt sein Ich muss weg Oh ja, die Schüsse sind aber ziemlich weit hinten Dann kann ich von der Hügel aufgucken Ja, ja Ich versteh mich grad noch Ich seh einen an so Stein Ja, ich bin ich Ich, 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 ich Ja So wie sind die Riesenhucksack? Ja Komm auf mich zu Wie viele? Einer Oben Sniper Hill immer noch Sniper Hill seh ich auch eines Das war von uns Nein, Sniper Hill ist keiner von uns glaub ich Ich hab ne Blaze aber ich bin Nicht da oben am Berg Ich glaub die sind dahinter schon irgendwo Ich glaub die von der Hügel keine Chance mehr hat Links von dir fährt die am Sniper Hill oben Ja, warte mal Warte, 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 warte Nee, nee, warte, warte, warte Ich hab die irgendwie bei mir Ich hör die Schüsse auf jeden Fall Schießt du? Oder schießt der? Zwei Schüsse jetzt Bist du Fäng ab, bist du ja zurück? Ja, ja Boah, Alter So viele Schüsse Warte, hier kommt noch jemand auf mich zu Wo bist du? Ja, bei so scheiß Steinen Okay Aber oben am Hügel Ja? Warte, warte, warte Ich hab'n gleich, ich hab'n gleich hier Der blutet, der blutet wie ein Schwein Der blutet Könnt dooflich fallen sein Ich weiß noch nicht genau Ihr habt alle keine Kopfbedeckung mehr, ne? Ja Nee Also Hab' ihn Nice Okay, jetzt pass auf Du hast ihn mal geschossen Wo du grad warst, an dem Stein Ja Ja Richtung Zelte, der Sniper-Hill Okay Da liegt oben rechts, hier liegt irgendwo ne Leiche Und der war relativ weit links Hinter so'n, so'n Doppelbaum, der wie so'n V aussieht, weißt du? Hier ist ne Leiche mit Ghillirap, rotes Armband Der rotes Armband Gucken, was der hatte Winchester Wo schuh' denn jetzt hin, Fatty? Na, ich bin immer noch bei den Steinen Haben wir jetzt alle vier? Na, ich hab's vier Ey, der hat Gillyhut, ne? Ich zieh' mal seinen Gillyhut auf Gillyhut Tran Hab' den, kriegt der Und ein paar Buffen saufen, wenn geht Rennt der weiter, oder hängt der jetzt da am Busch fest? Ich seh' ihn grad nicht Ja, links läuft, links Der läuft Richtung Teich, Richtung Teich läuft da Oh-oh Hängst du da rechts vom Berg? Äh, na, warte, ich hab' Ich krieg' ihn Ich bleib' hinter Keine Ahnung Äh Man hört das ein... Wow Wow, hier hat einer voll vor's Holz geschossen Wat? Ja, Kabadino oben Ich hab' die Baumreihe Kabadino, Baumreihe, links von uns, da ist das? Ja, wenn ich grad... War ich an's Holz geschossen hab' Bist ja auch an euch voll hergelaufen Richtung Kabadino Also nicht weil... Da rennt einer an der Straße? Der rennt da an der Straße? Wir Der rennt an der Straße Riecht den Stacheln wieder Von vorne? Ihr rennt weg von dem Der war noch hinter euch Ach, der war noch hinter uns Ach, hinter uns? Ja, ja, ja Warte, wer... Am Tümpel läuft einer mit'n... Ich seh' den Grüner Gillyhut Ist das der? Ah, links am Tümpel Linke Seite, das weißt du noch Ah, ne Jetzt seh' ich den nicht mehr Ich glaub' ihm hinterher Hat der auf uns geschossen? Ja... Ah, jetzt ist der rechte Seite Gleich... Am Tümpel Leider läuft er Ne, der hat nicht auf euch geschossen Der war wohl auf... Auf der gleiche Höhe hier Und ich hab' Ja... Ich renne hinterher... Bin jetzt... Bin jetzt über die Straße rüber Hit ins Bein Mit der... Blaze Zwei... Ne, ich weiß nicht, ob der Zweiter gehitet hat Beine gebrochen Er ist gleich vor dir Im... Im Wasser Achtung, im Wasser Wasser... Ah ja... Kann mir sehen... Kann mir sehen Er müsste tot sein Ja, er ist tot, ne? Ok Jetzt ist er tot Sehr schön, sehr schön Sehr schön, sehr schön Geil, die da schwanken mal Geh mal diese Leute, die von Blaze wurden, die nicht unmächtig werden Ich schwör' wenn ich einen in den Arm krieg, bin ich unmächtig Unknown Ja, ja, es ist immer so Ich hab' vor Tagen auch einen mit, mit dem Repeater dreimal gekauft Mit volles, volles Brett Der ist... Schöner AKM hat er Und ne Winchester Ja Raid Carrier Das ist der miserabelste Gilly-Kopf ever Spieler 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 Aber nördlich Cabernino, die bauen wir jetzt zum Biergarten Dann hat der auch... Kann man den zu... äh, soll ich den zu... Nördlich Cabernino zum Biergarten jetzt... Ah ja, okay Ja In welche Richtung rennt er? Der hockt in einer Tanne Okay, das heißt, wir haben hier jetzt noch ein bisschen Spürrohn Ja Boah Jetzt ärgere ich mich, dass ich den Gilly-Kopf getauscht hab' Mann, wie sieht das denn aus? Jetzt rennt er weiter Richtung Cabernino Okay Die beiden laufen jetzt... Ähm, da Richtung... Piano aus Cabernino würde ich sagen Das ist ja schon hier vorne an der Ecke Ne, die sind gleich da schon Gleich... äh... Äh, ich sniper von hier oben, von der Baumreihe runter Ich hab hier zwei Räume davor Sieh zuhause, würden die abbiegen Richtung Starry Starry ist ja gut Lass ihn auch kommen Dann lass er... dann kommen die ja hier unten lang direkt, oder? Ich sehe aber jetzt nicht mehr Ah, geht mal nicht zu dicht dran Hier sieht zwar nicht so gut aus, oder? Leicht leer Ja, ich sehe sie, ich sehe sie, die laufen hier unten gleich an der Straße Okay Wow, hier ist ein fetter Rucksack vor mir mit, ähm... Na, MP5 drin, 60er Magazin und so Ähm, warte mal, die beiden, die kommen in eure Richtung gelaufen Die Straße? Die Straße? Ja, warte Könnte sein... Ja, da kommt... einer kommt hoch Einer kommt auf jeden Fall hoch Und wie knallt sie denn? Ich bin Starry, ja Deltlager Deltlager Äh... Gibt es die Akinmeer? Welche Richtung seid ihr jetzt so? Ich zeltlager Wollt ihr da hoch gehen? Ich lauf gerade raus da, wo hier Richtung... Guglober Warte mal, die Ränder unten, eine Straße, jetzt kommen sie glaube ich hoch Also raus aus Cabernino Wollt ihr nach Starry, oder wo hin? Nein, äh, hierzu, Wengard und... äh, Wotti hoch Ja, die kommen jetzt hoch zu euch Ja, die kommen jetzt hoch zu euch Hier brauchen wir drei Seiten hier, die südlich von Cabernino Ja Zweiter noch Wir sind gleich vor mir Ja Da sind wir, die sind jetzt neben mir Hab beide, hab zwei, ich bin das, ich bin das mit dem Geekoppt Ja, ja, ich war jetzt, ich hab gedacht, der... sehr nice Gute Arbeit Ich bin aber ultra grau Ja, deswegen, weil der... Proto siehst du die Leiche dahinten noch? Angefangen auf dich zu zielen, äh, brauchst du was zu verbinden? Ja, ich verbinde schon, ist schon okay, ich wollte nur einmal kurz hier weg Ja, ich geb noch Weil, äh, ich geb noch Quasi, äh, weiter unten stand, hat der nämlich gerade auf dich gezielt, da hat der ihn angelegt und... Lauf da mal hin, guck, ob der dann irgendwie... Wollt ihr die nicht despawn eigentlich? Pult, Ace Ja, das ist noch nicht so lange her, ne? No points and bomb to touch Die kam genau vor mir hoch, Mann, genau In der SU? Ah ja, ich seh den auch echt da oben... rumlaufen Undi, der ist quasi gar nicht weit, der ist hinter dem Wald da vorne Vor den Tannen Ne, 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 der ist... Ne, ist so weit Die Jungs da, die gut genug da, das reicht Keine Ahnung, oder? Der ist in den Tannen drin und guckt hier hin, in unsere Richtung, aber ohne Waffe oder so Einfach nur in Richtung Lauf Ich bin auch ne... Rot drin in der Police vielleicht Äh, ne... Die Police war ich nicht drin Er kommt in unsere Richtung, er läuft das Feld runter Zu uns Richtung Cabanino Ich würd' mal sagen, müsste irgendwo Höhe der Scheune ankommen, wenn der... Also bei... bei Potti wahrscheinlich Ja, er läuft in unsere Richtung, ihr seht den bestimmt, wir müssen übers Feld hochgucken Den nicht Der ist jetzt genau an den Strommasten, die auf dem Feld sind Diese... Leiter da, die ist... Schlecht... Äh, der hat ein Eispickel oder was in der Hand? Oder ein Radkreuz? SKS auf dem Rücken oder Mosin? Die sieht sauber aus, im ersten Blick schnell rein, ja Mhm Ich würd' mal eh nichts finden, außer Gurkashit oder sowas Aber sonst... Ich soll nicht, ich soll nicht, ich soll nicht Ich glaub, der ist jetzt in diesem kleinen Industrie... Compound, der hier ein bisschen außerhalb ist Äh, Botti, links an der Straße Links an der Straße, Botti Schieß mal in den Tote damit Ja Ja doch, der... Ich hab nur noch Spaß, die haben ja nichts Blutet Ja, er hat gebrochene Beine Er ist tot Er war im Kopf, weil der Helm hat sich direkt schön verfernt Mhm Schieß mal auf die Zombies, die ankommen Ja, mach mal Der erste Schuss, wenn der in den Kopf gehen würde, wär noch viel... Viel genauer Ja, viel viel besser, ja Ja Da in der Baumreihe, wo wir schon mal standen, ne? Gerade eben, ja, vor nicht langer Zeit Ja Ja, oben, oben am Berg, ganz oben Wer steht hier? Ich bin Cabanillo Stimmt Die laufen oben lang Hinter dem... hinter dem Hügel Wir können die grad nicht sehen Ich glaub ich... ich hab nichts hier Ja, ich bin gleich an der Köche Wo laufen die hin? Hallo, das ist einer von euch hier mit dem Gillyrap, ne? Leute, das mit dem Gillyrap? An der Waffe mit der AKM? Nein, das ist nicht Nein Ey, das für dich Sorry Oh Alter Ich hab doch... Ich hab ja gar keinen gesehen, ne? Ja, ich war neben dir auf dem Feld Von... von da wo du herkommst quasi Da oben am Berg sind die Angesehen neben mir Du liegst jetzt an den Steine, oder? Die Baumreihe, die wegführt südlich von Cabanillo oder wo? Ne, guck mal, ähm... Wenn ihr die Straße einfach westlich hier lang folgt Da müssen jetzt immer sein... Also kann sein, dass sie in die Vibor Militärbase laufen Ja, da vorne laufen zwei quer Hier stand ich direkt auf dem Feld Ich war mitten auf dem... Ah ja, ich seh sie links von mir wieder laufen Okay, okay Ey, die laufen... die laufen jetzt genau über die Straße Genau über die Straße Muss er mich erstmal, äh... A verbinden B, äh... Moffin geben Aber ich hab gefragt Gillyrap AKM War doch so, oder nicht? Ja Ja, ne, alles gut Du, ich hab dich nicht gesehen und... Doch, komm mal, das wisse ich nicht Alles gut Hast du ein... Scope auch noch? Äh... Für was denn? Das ist einfach unwichtig jetzt B1 Ne, ACOG hab ich nur Ja, die sind jetzt gleich in der... Ähm... Warte mal, ist das nur... Ne, das sind zwei Ja, die sind jetzt gleich in der Vibor Militärbase Äh... Oben auf dem Sniper-Hill, Vresnik, liegt was drauf Zwei... Zwei Leute mit Waffen liegen auf... Auf Vresnik drauf Was, Moni? Ja, 20 Schuss Was, Vresnik? Wo ist Vresnik? Der Berg Sniper-Sniper-Sniper-Hill Achso, da hinten, okay Ja Jo, die schleichen jetzt so langsam Richtung Boah, das können ja die zwei sein, ne? Ne, die haben jetzt Waffen Die... die zwei, die wir gesehen haben, waren Bambis Wer läuft da hinten? Über das Feld, glaub ich Lauf die jetzt alle hin? Ne, ich will abfangen heute in Richtung V So, Ziel ist jetzt V-Boy, ja? Gehen wir jetzt alle da hin? Zwei sind, wie gesagt, da auf der Sniper Ja, passt auf, der Sniper, da sind zwei richtig gute Equipter, ne? Die snipen rein Wo sind denn jetzt unsere... wo sind wir jetzt alle? Verteilt? Ja, ich bin an der Straße, da Richtung... Da unten knallt's auch schon, ja, ja Ja, die haben auch geschossen jetzt Witzig könnte das denn so sein, 500 von hier Ja Wo du grad lagst, waren noch über 700 Echt? Die snipen auf die beiden Bambis Ich schieß mal auf den oben Oh! Aufgeschossen Schöner Hit, schöner Hit Ich glaub, der ist umgekippt, der eine Den anderen seh ich nicht Der ist auch hinter dem Stein Blaue Fuck, warum schießt der nicht? Nein! Ich hatte den genau im Visier Blaze schießt nicht Scheiße! Der ist aber genau in dem selben Steine Typ Also einer, der ist... Okay Der wird den vielleicht gleich, ähm, helfen dazu Der ist halt ein bisschen blau, sah der aus Schade, Mann, man kriegt aber auch irgendwie gar kein Schussfeld hier Weiß ich gar nicht genau, wo die jetzt sind Auf welch... also direkt Richtung Base? Ja, Seite, Seite Richtung Base Und weiter oben Da wieder, da läuft er, da läuft er Blauer Rucksack, blauer Helm Warte Was gleichzeitig schießen Ah, ich seh den nicht mehr Ich seh nur noch einen Kasten Zielt, der zielt Oh, Schuss auf dem Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn auch getroffen Ich hab ihn auch getroffen Was, er lebt noch? Ich lauf hier oben auf der Wiese, kurz vor der Grenze, wo es nach Vibor runter geht Ja, da knallst du auch von... von Richtung... Vibor Base Ja Aus der Baumreihe, Cabanino kommt was Es laufen auch jetzt welche nach Vibor Auf... ...dem Feld liegen welche Einfach mitten auf dem Feld, Mann Alter Mitten nach Farmingo? Da liegt einer auf dem Feld mit einer Farmingo Schau, hinter uns knallst, ne? Ja Hinter uns Und die, weit bis ran Cabanino, Bauchreihe Ja, hier grad Ey, guck mal, geradeaus aufs Feld Geradeaus aufs Feld Da liegt ein... Da laufen die Bambis nach Vibor Aber die sind nicht gefährlich Drei Bambis Laufen weg Ja, die sind egal Weil der hinterm Steinbusch jeder zweimal getroffen hat Müsste doch jetzt tot sein Ja, wenn das nicht mal gesehen? Geht nicht Doch, da oben ist sicher Irgendwer krabbelt übers Feld? Ja, bin ich Bin hier im Graben Direkt an der Kreuzung Schüsse? Ich schieße Hä, wie viel hält der denn aus, Mann? Na, wenn der von Salinsball hat, dann... Hier in der Buschreihe vor mir ist jemand Hier, links Also ich hab ja den Gilly-Cop, ne? Warte, ich seh da zwei... Ja, ich seh... Vor, die rennt einer Roter, roter, schieß, schieß, schieß Rotes Armband Rotes Armband Rotti, wo sind die? Links oder rechts mehr auf dem See? Ja, rechts eben Der ist rechts von dir, rechts von dir Zwei Da sind zwei von uns Oh, lad mal schnell danach, du Scheiß Waffelmann Laufen die weiter? Wo sind die? Ich hab die, ich weiß nicht Links von uns, geradeaus direkt Ja, das ist einer von uns mit dem Gilly-Rotto Ja, wo ist denn... Der ist rechts lang gelaufen irgendwie Rotes Armband, also Oh, ich dachte, es ist wenn zwei Dann seid ihr aber knapp aneinander vorbeigelaufen Quasi genau auf der anderen Seite von dir Ey, ich hab den einen, der auch gerade gesehen hat Ich hab aber keine volle Schussfeld wegen dem Baum Hm Ich behalte nochmal ein bisschen den Berg im Auge Boah, diese... mit ihren roten Armbändern Und dann... Alle sind einzeln irgendwo, aber überall sind die Blöde, das ist halt noch grau Ich seh die Farben grad nicht so hundertprozentig Müsste es an dem vorbeigelaufen sein wollte Der kam nicht wieder raus links bei den Wischen Oder der ist wieder hoch Richtung Baumreihe Ich lauf mal unten ran, lang Ach scheiße, aber da sind vielleicht immer noch zwei auf dem Bresnikberg, ne? Ja, die kümmern wir uns ja gerade, aber wir sehen sie nicht mehr Wir sehen sie nicht mehr richtig, wir liegen nur Drücker vom Osten Warte, warte, warte Er kommt wieder, glaub ich Ja, da läuft einer Zwei, zwei Äh, so ungefähr 50 Meter, 30 Meter hintereinander Zwei Leute, einer hat mich gesehen Drei Drei Scheiße, bin tot Ey, lass zurück Stefan Ja Scheiße So, wir sind drei Fuck, die haben mich gesehen Ah Weg hier Lebt noch einer von euch, der hier oben mit mir ist? Ja, ich bin hier im Glauben, aber ich weiß nicht ganz genau wo Es sind drei jetzt, oben in dem Ja, die laufen, glaub ich, zur Straße hin Welche Höhe sind die? Straße oben Cabanino, Kirche, diese Baumreihe oder Straße schon Ach, da hast du Ach, da hast du Okay, da hast Wenger Das ist hier gleich links Äh Einer hat eine Steieraug Schall gedämpft Die beiden seid ihr, die hier rechts hoch gehen, ne? Ja, ja Ich lieg oberhalb der Straße an Büschen Okay, gut Wir sind links Der kommt genau auf mich zu Kommt genau auf mich zu, einer Zwei laufen Richtung Kirche Einer hat einen Hit Hab dem Hit gegeben Aber ich stehe super offen Ich bewege mich wieder weg Aber er wurde mir schon mal gerätet Der hat nichts hin Ich sehe nicht mehr Einer läuft Richtung Kirche Zwei laufen Richtung Kirche Er liegt auf dem Boden, vor mir Ich laufe Hab ihn nicht getetet Der ist, ähm Hab ihm die Beine gebrochen Wie weit fand der weg? Genau vor mir quasi Gegenüber von der Straße Wie weit? Wie weit? Genau, genau, genau am Rande der Straße Genau am Rand Achso, okay Ich komm jetzt von der anderen Seite Weil der wird ja auf dich spotten, oder? Ja, der liegt Jaja, der weiß wo ich bin Ich lauf jetzt dahin Ich lauf jetzt dahin Ich renne nur so doof rum Weil er hat halt noch zwei Kollegen Der ist genau hier vorne an dem Busch Ja, ich seh ihn Ich seh ihn, ich seh ihn Guck glaub ich zu dir Keine Ahnung, ob ich mich mischt hab Oh Und? Oh fuck, einer schießt auf mich Warte, ich lauf in eure Richtung Wo? Ah, ich bin ein krankcheser am Busch Direkt bei dem Aber der müsste... Vresnik schießt, passt auf Vresnik schießt jetzt auch wieder Ach Alter Ich lauf jetzt links von der Straße Wenn ihr Richtung Cabanino guckt Und hinter mir ist einer hinterher Mhm Passt auf ey, Vresnik kam auch Der Mitte auch Und der, der noch unten am Rand liegt Habt ihr den jetzt oder nicht? Ja, der war da Der müsste down sein Und ich lieg 10 Meter daneben Und kein Schiss Warte, ich komm Aber, ja Vresnik schießt Vresnik schießt auch wieder Wer kommt da jetzt gelaufen Die Straße Pass auf, da ist einer hinter mir her Ne? Ehrlich? Ja, der ist da Wo wir vorhin als erstes Am Bauern? Ist der im Bauern? Oh, irgendwo wurde getroffen Ja, ich hab getroffen Schön Mein, mein Scope geht nicht mehr Mein Scope ist nicht mehr an Jetzt gehts wieder an Ruf Der ist runtergelaufen Die Bär schon runter Ja, der ist runter, ich seh Ich fang den ab Ich fang den ab Wenn du jetzt links die Straße hoch guckst Dann solltest du ihn irgendwo sehen Hat einer von euch ne M4 oder auch? Mit einem M4 Noch, noch nicht Du hast ihn ohnmächtig geschossen Bring mir 16 Megmeth Er liegt da vorne ohnmächtig Ich bandage eben kurz den einen, der hier ohnmächtig ist Ja, das wär nett Da läuft da auch noch einer, oder? Ja, das waren drei Aber du hast ihn auf jeden Fall ohnmächtig geschossen Da warst du reingelaufen Da kam Die waren zum zweiten an der Kirche Okay, ich bin tot Nein, ehrlich, ich bin jetzt gerade da Fuck my life Also hinter dem, den Hier gerade erschrocken mit dem mit der Auge Wahrscheinlich war noch einer Mit einer Kirche Aber der ist nicht mit rausgekommen Zu mir Ich wollte dich halt bandagieren Und genau dann sind die Neben uns langgelaufen, ey Ähm, und immer noch Wressig, also Vorsichtig Den Typ, habt ihr den gefinisht? Nein, noch nicht Ich seh ihn nämlich nicht mehr Warte, 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 warte Es fehlt was Ne, das bist du Mach mal links rechts, Seibert Mach mal links rechts Mach mal links rechts Okay, du bist das Bomba Das ist dein Kollege Mit dem roten Armband Der Worte erschaffen hat Er ist tot jetzt Ist das der mit dem grünen Helm und der Auge? Ja, das war der mit der Auge Ja, genau, Auge Er sitzt tot Doch hier vorne nicht Warte mal, da liegt aber jemand tot Hier vorne in der Baumreihe Guck mal, Seibert, du siehst mich doch, Seibert, ne? Ich bin auf der Straße, genau Da, wenn ich da hin guck, da liegt einer tot Meiner höher? Ja Aber da hinten war noch bewegen, oder? Prozentig Okay Mit dir, die Baumreihe Weiß nicht, wie weit der ist Ach, du meinst, hier oben? Rechts von der Straße, länger Ja, rechts von der Straße liegt einer tot Hier oben Achso, das ist ja das Votto, oder? Achso, das Votto Und da unten links, hab ich Also links von dir jetzt Hab ich gerade den eingefinisht mit der Auge Der müsste links von dir genau sein Im Bergraum Und, ähm Vrisnik müsst ihr halt noch aufpassen Der hat auch wieder geschossen Nordöstlich von Polana Der hat ihn da Neben dem Neben der Futtergrippe In Karten hochgebrotten Und wenn der von den Frischgesporten vorbeikommt Mit dem Hochzack am bisschen hinlofen Ich hab... Schütze! Auf mich, auf mich, auf mich Der ist genau vor mir Du bist genau vor mir Rabene ist tot Okay Das ist das eine epische Scheiße Ey, der hat jetzt auf irgendwen anders geschossen Nur deswegen hab ich überlebt Okay Zum Glück Ah, scheiße Ich hab auch voll auf mich draufgehalten Ich hab jetzt tot hier auf Ich hab das alles mit dir auf Der hat noch ganz schön lange überlebt Ah Wolli, brauchst du... Achso, du bist rot Ist das denn mit Schwarz, Herk und rote Armbände? Ja Der hat... Ähm... Was hat der denn? Sieht aus auf jeden Fall einmal wie eine Blaze Der gehört damit Ja, der hat eine AK AKM Und eine Blaze Boah, aber die alle 4G haben, ne Müssten es alle drei gewesen sein Achso, ey Ja, es waren alle drei Ist Cabanino sicher, oder? Aber Vrisnik ist noch Ach, da sind jetzt schon wieder Neue, Mann Nicht sicher Ja, vorher Das ist einer von euch Der gerade den Berg hochrennt Ohne Waffenhand, ne? Ja, ja, für dich Okay Die südliche Hier Hier bei uns In... Ja, ja Okay In die Einzelständer südlich Keiner von uns Ich will bestimmt Ich will bestimmt einen Restart aufbauen Mhm Boah, ja Und dann Lass uns nach... Vor dem Restart so... Zu dritt vor der Tür aufbauen Und dann, wenn der rauskommt Und dann, wenn der rauskommt Schießen wir einfach alle drei rein Ja, da finden wir eine Waffe im Rucksack auch Und... Ist ja wieder... Er hat einen Braun... Zwei Mann In einem roten Rucksack Der andere macht gut Du, hä Oh ja Ich seh den sogar Wo steht Stoyan rum? Äh... Ich lock mich rein Hab ihn ein... Einmal getroffen Ähm... Rotes Armband hab ich glaub ich gesehen Deswegen hab ich nicht angewandelt Wo lauft die hin? Die laufen so mitten rein Dort einen hab ich Der mit der grünen Jacke? Den hab ich angehittet Ja, ja, Cowboyhut Ja, den hab ich angehittet Und dann gibt's aber noch einen Okay, ich bin hinter dir Der andere hat einen roten Rucksack Der guckt in die Ecke rum Der guckt jetzt zu mir Wo ist der? Bei der einzelnen Baracken auf der Zwischen der... Neuen Baracken und der einzelnen Hat er grad um die Ecke geschaut Äh... Das rief grad, ne? Jetzt guckt er wieder rum Kann ich an den K-Flip? Kann ich an den K-Flip? Warte, hol dich mit, hol dich mit Oh Scheiße Bin rumgefallen Der hat Windchester So Hab ich tot Habt ihr ihn? Ja Schön Geh rein und ich guck Haben wir dritter vielleicht Ach verdammt Ne, das waren nur zwei Okay Oh, guck mal Der hat aber ganz schön viele Äpfel, ne? Wiegt schon ein bisschen Aha Hä, wo seid denn ihr jetzt? Warte, einer rennt über... Das... Äh... Feld weg Der rennt weg vor uns Das ist keiner von euch, ja? Welche Richtung? Ja Warte Das hat hinten... Ah doch, der ist ummächtig geworden Das hat wieder so gesprenkelt, als hätte ich nur seine Waffe getroffen und dann hätte der keinen Schaden bekommen, aber der ist ummächtig geworden Der lebt aber noch War das der? Alter, man, von woher der schoss der Name? Ähm... Jetzt ist er tot Östlicher Straße noch Ähm... Auch östlicher Straße Habe ihn Ganz oben Rischen Rischen Ja, der muss weiter... Der liegt auf jeden Fall... Oha Ich bin... Hat der dich getet? Jo, im Nordausgang war ich Das kam wieder von da oben, Alter, das ist... Der snipert hart rein, der Typ Aber ich seh den nicht, der muss weiter oben sein Dann müsste es ja mehrere sein, dann hört der da... Ich glaube auch so, ja Warst du nicht hinter einer Mauer? Ne, ich hab grad nördlich rausgeguckt durch den Ausgang Oh, scheiße Lass mal einfach versteckt bleiben, vielleicht kommen die Ähm... Soll ich mal auf Vresnik laufen, den Berg? Der Süden passe ich grad so ein bisschen auf, zumindest dass hier keiner reinläuft Haben wir jetzt auch noch einen Sniper hier? Ich? Ich hab einen Sniper Ah, stimmt, ja Leider schießt mein MP5 zu 50% nicht mehr auf die Kacke Kann ich fortknicken jetzt Ah, da ganz hinten läuft einer, oder? Ja, ähm... Südlich, südwestlich Oh, ich seh einen, der zickzack läuft Weißt du den auch? Genau, südöstlich, ja Überfällt Der hat einen gelben Helm Auf dem... Auf dem wurde geschossen wahrscheinlich Ja, auf dem wurde geschossen Der hat einen gelben Helm Gelben Bauarbeiterhelm Der zielt genau zu mir Der hat kurz hier hingeguckt Der wird wahrscheinlich gleich hier hochkommen Aber ich guck mal, ob ich noch die anderen sehe Ich weiß es nicht Jetzt weiß ich nicht, wo ich rausgucken kann Aber ich hab den Schuss nicht gehört, also Soundbugs Gerade zum spiel Der Bug ist ein Feature Ah, ich seh ihn Ja Ist er schon über die Straße rüber? Bei mir einer! Oh, am Berg schon oben Verdammt Brauch ich mich erschrocken Ja, zwar genau auf dem Berg hoch Aber genau in dem Stein, den ich hingegangen bin Auf Resnik Blaues Armband dieses Mal Genau, Mensch Ja, ich habe ihn auf dem Berg hoch Er ist nicht in der Böden